Beide Schwaben wird um 6 gegessen. Kannst du mir mal sagen, wo du jetzt herkommst? Weißt du überhaupt, wie alt hat der in den Kopf? Der Dreck der in die Reihe schleppt! Furchtbar! Wir können gerade in der Wohnung! Ein Füßkler, auch haltet die Augen! Das ist ein Haus! 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 Brutler! Wir mögen Fressalien! Das ist ein Haus! 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.